Hallo, hier ist der Martin von Meine Mankees, das DAX-Analyse für Montag, den 17.07.2023. Und unser DAX war ja in der Vorwahrung ein bisschen übermütig geworden, deswegen haben wir zum Weiter gesagt, der macht bestimmt nochmal ein bisschen rückwärts nun. Und buff, ja, gleich am Boden geklatscht, Kopf im Sand stecken geblieben, sehen die Aussichten für Montag natürlich nicht ganz so rustig aus. Viele Erzählern brauche ich nicht, denn der Fratt hat sich im fausierten Szenario bewegt, quasi ohne neues Hoch, unter 1.30, abkleckern langsam, mit schönen Zuckungen nach oben, Richtung 16.20, die ist noch nicht erreicht worden, soll aber egal sein, denn die Geschichte war ja, dass er am Montag, dann eben, wenn er den Freitag so spielt, am Channel rumknabbern sollte, um zu verunsichern. Und das wäre dann jetzt hier auch der Fall. Weil wir immer wieder ein paar Kommentare bekommen, die ein bisschen uns signalisieren, dass die Leute nicht ganz bereit sind, sich auf das einzulassen, was wir hier machen. Sei nur kurz erwähnt, bitte, dass wir nicht versuchen, die Zukunft vorher zu sehen. Ja, das wird gerne so auch unterstellt. Oder ich glaube, manche Leute denken, sie können uns ärgern, wenn sie schreiben, Edgy Begy, du hast gesagt, der steigt. Nun ist aber gefallen. Das ist mir grundsätzlich vollkommen pumpe. Mir geht es gar nicht darum, zu wissen, wo der Markt morgen steht, sondern mir geht es darum, euch ein bisschen darauf vorzubereiten, auf mögliche Bewegungsabläufe, die der DAX typischerweise nach solchen Tagen, nach solchen Stellen oder nach solchen Nachrichten eben bringen kann. Ja, das heißt, ich setze mich hin, erzähle euch, okay, das habe ich schon mal gesehen. Oder ich sage, keine Ahnung, weiß ich nicht, kenne ich nicht, guckt mal da, Neues hoch und so weiter, würde ich gucken. Ja, und setze mich hin und sage, okay, typischerweise würde er, die Primo-Leute kennen das schon seit Mittwoch, haben wir gesagt, oder seit Dienstag vielleicht sogar, dass er Donnerstag dann typischerweise seinen Hoch macht, am Nachmittag 15.30 Uhr, wo er dann Freitag und Montag reinfällt. Und da stecken überall einfach eine Beobachtung dahinter. Das sind Abläufe, die habe ich schon mal gesehen, die habe ich schon mal aufgeschrieben, mühevoll, meine Notizbücher war jahrelang gefüttert, mit Regelmäßigkeiten im DAX, die ich immer wieder gesehen habe. Daraus habe ich meine Kabummischen Gesetze gemacht. Das ist ja letztendlich dann auch das, was ihr über die Seminare mit quasi in den Kopf reingetrichert kriegt. Na, stopfe ich so lange rein, bis es aus den Ohren wieder rauskommt. Und dann fange ich es aus den Ohren wieder auf und stopfe es euch wieder in den Mund rein, bis es wirklich der Letzte verstanden hat. Aber es ist so oft das Gleiche auf den Freitag. Also man hätte Muster gilt ja gar nicht sein können, wie er hier gelaufen ist, eben auf diese Situation. Und ich sehe das immer wieder, dass es dann Leute gibt, die dann sagen, ha, sonst erzählst du immer, der Freitag steigt und der ist ja gar nicht gestiegen, stimmt es ja gar nicht, was du immer erzählst. Das zeigt dann halt, dass die Leute das nicht verstehen wollen, was wir machen und wie wir arbeiten. Und da muss man sich, glaube ich, einfach auch für öffnen halt. Dieses verschiedenen Szenarien denken. Und keiner weiß, was morgen kommt. Auch ich weiß nicht, was morgen kommt. Aber ich kann immer sagen, okay, das habe ich schon mal gesehen oder das habe ich nicht schon mal gesehen. Und dann eben sagen, wie der Markt normalerweise darauf reagiert. Aber natürlich ist das keine Garantie, dass das auch so kommt. Aber der Sinn und Zweck ist, wenn ihr seht, dass der Markt genau das macht, was wir oder ich beschreibe, dass man dann eben auch das so handeln kann. Und daraus sich ein Vorteil erzielt. Ja, sei das über den Donnerstag, sei das über den Freitag, Mittwoch, Montag, ganze Woche, ganzen Monat. Heißt im Umkehrschluss aber auch, wenn der Markt nicht das macht, was ich beschreibe, gar nichts davon. Dann sitze ich nicht da und erleide brachiale Verluste, weil ich mich die ganze Zeit dagegen stelle und nicht darauf bestehe, dass ich recht habe, weil ich ja Hellseher und Gott bin. Nee, da handle ich einfach nicht. Und diese Variante gibt es, glaube ich, bei vielen im Kopf nicht. Dass man einfach mal nicht handelt. Die wollen unbedingt. Die wollen jeden Tag überall bei der größten Bewegung dabei sein. Aber das führt zu nichts, außer Verlust am Jahresende halt. Also das muss man sich wirklich abgewöhnen, dieses dabei sein zu wollen und zu müssen. Und auch diese innere Unruhe, wenn man nicht im Markt ist, das ist ungesund. Das ist wie Rauchen oder ganz im Tag 5 Kilo Süßigkeiten essen. Da weiß jeder, dass das nicht richtig ist. Die einen, die machen es trotzdem weiter, nehmen einfach in Kauf, was passiert. Wäre beim Traden dann der Verlust. Dann ist das egal. Und dann gibt es aber auch die einen, die machen es vielleicht mal, um es probiert zu haben, wollen es aber besser machen. Oder wollen da weg von kommen, weil sie sagen, nee, ist schade um das schöne Geld. Kann ich auch zweimal mehr in Urlaub fahren, wenn ich nicht mehr verliere und vielleicht auch mal gewinne oder wie auch immer, mir mal ein neues Auto kaufen oder was auch immer. Und dafür gehört nicht viel. Es gehört nicht viel dafür, hier den Hebel umzuschalten. Ich glaube, das ist nicht so schwer, wie mit Rauchen aufzuhören. Es ist nicht so schwer, wie mit Süßigkeiten aufzuhören, weil man hier einfach bloß ein paar Regeln braucht, um sich ein bisschen zu beendigen. Also, Ende vom Lied. Öffnet euch dafür ein bisschen, auch mal nichts zu machen. Wenn ihr seht, der Markt läuft nicht in der Analyse und denkt bitte nicht nur, weil der Freitag jetzt hier genauso gelaufen ist, dass der Montag eins zu eins das machen muss, was ich gesagt habe. Aber, wenn er es macht, dann nutzt es halt für euch. Und er handelt nicht dagegen an. Das ist Quatsch. Auch das sehen wir sehr oft. Die Leute, genau wenn die Analyse das macht, was sie sagen, dann gegenhandeln und sagen, nee, ich glaube aber nicht, dass die Analyse richtig ist. Gestern hat es schon geklappt, dann kann es ja heute nicht klappen, dann handeln die ganze Zeit dagegen. Das ist Kielsa. Macht man nicht. Macht es nicht. Also, jetzt die Analyse. Unter 1670 sehe ich den DAX Richtung 1620 weiterlaufen. 1620, 16.000. Da ist jetzt der Abwärtstrend, gleich der Durchschnitt und das Bollinger kommt einiges zusammen. Das kann von dort nochmal ruppig nach oben ziehen, Richtung 1670, 16100. Dann vielleicht wieder abkippen und nochmal drunter. Wäre erste wichtige Unterstützungszone, sollte man auf dem Radar haben, sollte man beachten und würdigen. Läuft das aber gerade durch, ohne zu zucken, ohne zu reagieren, muss man auch einen Short nicht zwangsweise schon verwerfen. Und man muss vor allen Dingen auch noch nicht long rein. Denn, dieses Verunsichern, was wir für die Analyse für den Freitag eingesprochen haben, das wäre im Bereich um 15,950 zu warten. 15,950, 15,940, dort würde ich eher mit ihm rechnen. Also könnte ich mir sogar am Montag vorstellen, wenn er sprach reinstartet, dass er hier durchschneidet oder kurz reagiert, hochzog, abstößt, wieder ein neues Tagstiefliefer wird, dann würde ich noch mit 15,950, 15,940 rechnen. Und in dem Bereich, Freunde, ist dann für mich Entscheidungszone. Entscheidungszone für bolisches Pattern, was wir hier gestern gemalt haben, oder nicht gestern, letzte Woche habe ich das euch immer wieder gezeigt, A, B, C, dann erste hoch, zweite runter, dritte oben raus, vierte, fünfte, to the moon, hier überall Zeit hoch und so weiter. Das könnte ich mir aus dem Bereich ja sehr gut vorstellen. Ja, deswegen achte ich hier auf grüne Tageskerzen, aber da gehen erst noch ein paar Stunden ins Land. Ja, würde auch für den Dienstag zum Beispiel schön passen, wenn er dann hier raus steht, aber dann müsste er auch erst mal hinkommen. Ja, pelt er uns aber dort durch, bringt hier keine Umkehrsignale, kann der aus der Situation, wie er jetzt hat, wir haben nämlich ein tieferes Hochstehen, das sollte man nicht ganz außer Acht lassen, wir haben hier tiefere Tiefs, wir haben hier ein tieferes Hoch, das heißt, nach Dausch-Erzählung wäre der Abwärtstrend tatsächlich noch intakt, auch wenn wir den Abwärtstrend per Linie ja überwunden haben. vielleicht einfach mal googeln, wer damit jetzt nicht anfangen kann, bevor ich da jetzt noch mehr Zeit für verliere. Ja, also wäre der Abwärtstrend aus der Zählart noch intakt und es ist auch richtig, so zu denken, er muss ein höheres Hoch setzen, deswegen kann er hier auch leicht richtig unterfallen und sogar ein tieferes, tief ausbilden in der Folge. Das muss man mit auf dem Radar haben, wenn die Supportzone hier nicht hält. heißt eben auch, man sollte sich vielleicht jetzt schon Gedanken machen, wenn man noch offene Longs hat, ja, wo man anfängt, da ein bisschen Fahrt rauszunehmen, weil ich würde sagen, eher früher eins zu spät. Ich persönlich würde eher schon unter 16,70 anfangen, da zurückzufahren, ja, bevor ich dann bei 15,59 oder 15,800 drüber nachdenken muss, ob ich denn jetzt das noch behalten will oder nicht und im Zweifel steht ja dann bis ich zur Entscheidung gekommen bin, hier unten und dann ist die Kacke am Dampfen. Ja, jetzt haben wir eine Umkehr auf Tagesebene, wir haben Donnerstag abgestoßen, jetzt kann man schon frühzeitig reagieren und es gibt ja auch immer wieder die Möglichkeit wieder was neu aufzugreifen. Na, aber ich möchte es einfach nur erwähnt haben, deswegen, ja, wir haben ein tieferes Hoch, wenn der Supportbereich nicht hält und der DAX nicht in eine bullige Variante aufsteigt, kann er hier wirklich richtig wieder zurückrudern, ja, wenn der Bereich bricht und das wird dann schmaler Gratis zu erkennen und ich glaube, hier ist es fast noch einfacher, schon vorher zu reagieren. Okay, so, das bärische Szenario beziehungsweise bullige Szenario mit bärischem Rücklauf hier noch drin, anders wäre es, wenn er über 16,150 vorzeitig drüber klackert, sich positiv zeigt, am Montag nach 39, nach 10 Uhr neue Tageshoch bringt, dann würde ich erwarten im Bereich 230, 260, ja, das ist hier nochmal Widerstandsstelle, kann man auch gut vorstellen, dass er aus dem Bereich vielleicht sogar das Tageshoch markiert und dann wieder mittig hier zurückläuft, inzwischen irgendwie den Freitag und den Donnerstag irgendwie mittig dazwischen, keine Ahnung, 16,150 oder sowas, dass er das dann verbockt, weil er nicht weit genug Schwung geholt hat, das wäre auch gut zu erwarten und alles, was über 260 geht, sieht man auch hier noch links am Trigger-File, der ist da ja noch gültig, auch wenn er jetzt da drüben sitzt, wird dann Richtung 3,40, hier ist noch ein offenes Gap und neues Hochzeigen, ja, sollte er das machen, Montag hier drüber, hier auch durchsteigen und dann hier hoch machen, kann ich mir aber sehr gut vorstellen, dass ein neues Hoch richtig deutlich auch abverkauft wird, da kann man wahrscheinlich sogar short gehen, dann direkt am neuen Hoch, ja, weil da hat er dann zu viel Strecke rausgeloben, ja, das kriegt er nicht gestimmt, er, er, hier jetzt Rücklauf und dann oben raus, dann kann er das länger ziehen, dann kann er wirklich einen schönen, schönen, schönen langen Strang hier nach oben rauslaufen, das kriegt er eher noch hin, wie jetzt aus dem Stand, aber nichtsdestotrotz sollte man das hier nicht zu früh als Short-Vorlage nehmen, also nicht gegen Stärke gegenhauen, wenn er über 16,150 rausläuft, das ist positiv, das ist stark, das ist kräftig, dann kann er erstmal rein bis 230, 260, ja, dann kann man auch so eine Strecke long nehmen, man muss nicht da sitzen und sagen, okay, dann short ich bei 260, sondern man kann auch sagen, okay, dann handel ich eben long bis dahin, aber manchmal ist eine andere Perspektive, die wesentlich effizientere und auch einfacher zu handeln, und darüber eben long putzen. So, dann haben wir jetzt über das gesprochen, wir haben das Risiko hier unten ein bisschen gesprochen, über die wichtigsten Zonen hier bei 16,20 und im Bereich um 15,59, wir haben nochmal darüber gesprochen, dass wir keine Hellseher sind und Seminar wird auch erwähnt, an meine Mails komme ich wieder ran, wenn auch noch nicht auf meinem Originalgerät, das heißt, ich sehe jetzt meinen alten Verlauf nicht, aber ich kann zumindest aktiv wieder Mails beantworten, das heißt, ihr könnt euch dort auch gerne wieder melden, wenn das ist auch Seminaranfragen und so weiter, alles gerne dann jetzt wieder dahin, Seminar, Seminar, doch, Seminar at money-monkeys.com Ich blende es auch hier hinten nochmal ein und schreibe es in die Kommentare und dann wünsche ich euch viel Erfolg am Montag und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.